Hallo, ich bin Sergej Vida und es ist immer noch der 30. Juli 2019 und der Tag 211 im Jahr der Deutschen Dichtung. Ich bin ähnlich mit meinem Gedicht des heutigen Tages fertig. Es hat mich den ganzen Tag lang beschäftigt. Und ich fand irgendwie nicht die Ruhe, um dieses Gedicht fertig zu schreiben, denn das Gedicht basiert auf etwas, was gestern passiert, ist hier in Frankfurt, was alle Gemüter erschüttert hat, mich auch, und hat mich dazu veranlasst, das heutige Gedicht zu schreiben. Und das heutige Gedicht heißt Zusammenzug der Menschlichkeit. Wie oft schon in mahnendem Ton sprach ich zu meinen Kindern vor Bus oder Bahn und an Straßen entlang bleibet fern von den Rändern. Vor unbeabsichtigtem Schieben, Stolpern, Ausrutschen wollte ich sie schützen. Nie dächte ich, dass absichtlich ein Mensch Unbekannten wird schützen. Deines Bruders, deines Brudershüter, deiner Schwesterbeschützer, seid, möchte ich ihnen nun zurufen. Des Nachbarn Wohlsein betrachte als deins und decke ihm seinen Rücken. Wir schließen die Lücke vor jeder Heimtücke, wenn Menschen menschlich zusammenrücken. Neben dem Selbstschutz wandert der Nachbarschütz. Keiner kann sich selbst ganz schützen. Wenn dunkel erwacht, gewinnt Licht an Macht, denn wir halten alle zusammen. Möge Gott der Mutter der getöteten Tochter beistehen und wir auch. Amen. Amen.